Zur Zeit warb's Wede bei Bremen, am 16. Juli 1903. Vor etwa zehn Tagen habe ich Paris verlassen, recht leidend und müde und bin in eine große nördliche Ebene gefahren, deren Weite und Stille und Himmel mich wieder gesund machen soll. Aber ich fuhr in einen langen Regen hinein, der heute erst sich ein wenig lichten will über dem unruhig wehenden Land, und ich benutze diesen ersten Augenblick helle, um Sie zu grüßen, lieber Herr. Sehr lieber Herr Kapus, ich habe einen Brief von Ihnen lange ohne Antwort gelassen, nicht, dass ich ihn vergessen hätte, im Gegenteil. Er war von der Art derer, die man wiederliest, wenn man sie unter den Briefen findet, und ich erkannte sie darin wie aus großer Nähe. Es war der Brief vom 2. Mai, und Sie erinnern sich seiner gewiss. Wenn ich ihn, wie jetzt, in der großen Stille dieser Ferne lese, dann rührt mich ihre schöne Sorge um das Leben mehr noch, als ich das schon in Paris empfunden habe, wo alles anders anklingt und verhallt wegen des übergroßen Lärmes, von dem die Dinge zittern. Hier, wo ein gewaltiges Land um mich ist, über das von den Meeren her die Winde gehen, hier fühle ich, dass auf jene Fragen und Gefühle, die in ihren Tiefen ein eigenes Leben haben, nirgend ein Mensch ihnen antworten kann, denn es irren auch die Besten in den Worten, wenn sie Leisestes bedeuten sollen und fast Unsägliches. Aber ich glaube trotzdem, dass sie nicht ohne Lösung bleiben müssen, wenn sie sich an Dinge halten, die denen ähnlich sind, an welchen jetzt meine Augen sich erholen. Wenn sie sich an die Natur halten, an das Einfache in ihr, an das Kleine, das kaum einer sieht und das so unversehens zum Großen und Unermesslichen werden kann, wenn sie diese Liebe haben zu dem Geringen und ganz schlicht als ein Dienener das Vertrauen dessen zu gewinnen suchen, was arm scheint, dann wird ihnen alles leichter, einheitlicher und irgendwie versöhnender werden, nicht im Verstande vielleicht, der staunend zurückbleibt, aber in ihrem innersten Bewusstsein, wach sein und wissen. Sie sind so jung, so vor allem Anfang, und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten, und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen, vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein.